Hallo, werte Zuschauerschaft und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Engage. Es fängt hier heute da an, wo es das letzte Mal aufgehört hat. Ich entschuldige mich nochmal für den Cliffhanger und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Go on, do it! Why are you here all by yourself? The war is finally over, Mother. We don't have to worry any- Do I treacherous will? I guess fell dragons have to die in the end. But I wanted to be a good dragon. And you will. Someday life will return to you. And when that beautiful day should dawn, I will give you a birthday gift that suits you perfectly. Thank you, Mother. Mother, if I see that day, maybe I'll return, dressed in white, a gleaming sword at my side, a divine dragon like you, ready to save the world. Huh? Ah, we gotta ah. Ah! 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 Es war ein Geheimnis. Es war eine Erinnerung. Wo bin ich? Oh... Ich muss mich sterben, schützend Bale. Es gibt keine Wunschung wieder, diese Zeit. Ich dachte, dass ich mich als Heroin wundervolle. Nur jetzt, dass ich das passiert. Aber... Es ist zu lange. Ich denke, ob ich mich hier finden kann. Mutter? Bale? Warum bist du hier? Papa benutzt die Ring für Gratlon. Die Helmete reaktiviert. Mein Kopf begann zu schwimmen. Und dann... ich war hier. Die Dinge nicht wie ich sie wollte. Und jetzt sehe ich, dass ich sterbe. Papa sagte, du bist meine große Schöne. Du hast dein Leben, um mich zu schützen. Ich bin so sorry. Du solltest mich zu sterben. Das sage ich nicht. Ich habe die richtige Wahl. Du hast einen Link zurück nach Hause. Es gibt noch eine Chance für dich. Nein. Nein. Nein mehr. Was? Was? Ich versuchte so hart. Ich wollte Papa auf mich sehen und nicht sehen einen defect. Ich wollte ihn vergessen über die anderen Worlds und nur mit mir sein. Ich würde immer denken, wenn ich nur mehr versuchte. Ich wollte mich nicht mehr versuchte. Ich war immer versuchte. Aber es war immer so hart. Ich wurde immer versuchte und immer versuchte. Ich bin so schwach. Wenn ich wieder sterbe und wiederum schlurte. Ich wäre so schwach. Wenn ich wieder sterbe, und einmal wiederum schlurte, dann möchte ich es wieder einmal an. Ich wäre es lieber hier, mit dir. Wenn du endlich findest, vielleicht die anderen werden uns in der Zeit. Vielleicht bist du richtig. Na dann... Außer... Ich bin nicht bereit, um zu verdienen. Ich möchte, um unsere Welt zu retten. Und alle, die ich mich interessieren. Sie alle... Du hast so viel durchgeführt. Und ich verstehe, warum du fühlst wie du. Aber bitte, nicht zu verdienen. Nicht bevor du erlebstst die Leben, die du verdienst. Ich bin nicht mehr interessiert. Selbst wenn ich zurückgekehrt und überlebt alles. Ich kann nicht stoppen Papa, weil ich nicht die Embleme kann. All ich kann machen ist, um den Korrupten zu erschaffen. Eine Foul-Ability befinden einem Fell-Dragon. Korrupten? Veil... Es ist etwas, was du kannst. Huh? Revive mich, als einer der Korrupten. Was? Du hast es gemacht, King Hyacinth. Es war, als ob er zurückgekehrt hat. Er zurückgekehrt hat sich. Vielleicht kann ich zurück in der Welt leben in der gleichen Weise. Vielleicht. Aber du kannst nicht so gut denken. Du wirst das Korrupten. Du wirst die Korrupten. Sie schiefst dich. Jetzt willst du sein? Wenn wir das tun... Du wirst niemals wieder zurückgekehrt werden. Du wirst niemals wieder zurückgekehrt. Du wirst niemals wieder zurückgekehrt. Du wirst niemals sterben. Du wirst wirklich nicht sterben als einer von ihnen sterben? Ich versuche mehr als das, wenn es alle schützt. Wie ich sterbe, ist das nicht wichtig. Ich will nur enden diese Kriege. Wie ich kann. Ich versuche nicht, Vail. Wenn wir nicht versuchen, verlieren wir alles. Für mich. Das ist die einzige Weg nach vorne. Aber... Vail. Für was du wirst? Was meinst du? Meine Freunde sagten mir, es geht nicht aus, wo du bist. Was wichtig ist, ist wie du wirst. Wie du wirst. Wie du wirst. Und was du wirst. Wie du wirst. Wie du wirst. Wie du wirst. Ich habe nie gedacht. Aber wenn es möglich wäre, für mich zu ändern, ich denke, ich möchte, wie du. Ich möchte, ein Drogen, der schützt das Welt. Sie sind wirklich similien. Hm? Sie sagten etwas sehr similier. A lange Zeit. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Und schützen unsere Welt. zusammen. Okay. Ich gebe es noch einmal. Ich hoffe, dass du bald wiedersehen. Frau. Du bist meine liebste Frau. Und ich vertraue dich mit all meinem Herz. Ha 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 ha. Stopp' zu kämpfen. Du wirst du in beide Weise. Frau Vail. Bitte, zurück zu uns. Frau Vail. Frau Vail. Frau Vail. Dann kann ich dich erst töten. Ich werde dich erst töten. Vielleicht hast du dann, was du nach der anderen Seite. Huh? Frau Vail. Frau Vail. Frau Vail. Das stimmt. Ich werde nicht wirst. Ich werde nicht ruhig. Sie spricht mit sich. Drei, Frau Vail. Well, she's fighting back. I know that my sister believed in me. So I, I believe in myself. Shut your mouth. You are nothing but a defect. Mark my words, you quivering little baby. You're gonna be dead soon. No, I won't. You're not in control here, I am. And I won't wear this horrible thing anymore. Wait. There's already a crack in it. I'll break it. Then I get to be me again. You'll be gone. Stop. Stop it right now. I don't want to go. Help me, father. I'm back of you. Papa isn't coming. He doesn't care. It's time now. Time to say goodbye. Lady Veil. Mavir. It's all right. I'm myself again. I wish I could have done something. I'm so sorry. But you did it all on your own. You're wrong about me doing it alone. My sister helped me. The divine dragon. I have to hurry. Guardians of the underworld. Cast aside the rules that govern life and death. So that this body void of life. May drop wrath. Rise up. Corrupted. The divine one has become corrupted. What are we supposed to do now? Fight? No. We can't. Please, everyone. Listen. You can speak? There's nothing to fear. I won't hurt you. I asked Veil to revive me as one of the corrupted. You must believe me. But are you really you? Yes. I'm the same person who took this journey with you. The divine dragon. Whatever form I take, this soul is still mine. Sister, look what I found. The ring of the hero king. It was lying by your side. As though it wanted to be with you. The emblems and the 12 rings have played their roles. They are likely drained of power. Can you still summon them? You've done so much today. Now, it's my turn. All right. Marth. I've returned. I'm here for you. Please show yourself. Shine on, emblem of beginnings. I'm so happy to see you. But that's the Feldragon version. I used Feldragon power to raise my sister. She's using that same power to summon. What happened? Are they reacting to the emblem? Time is short. I'll need your help to summon all the emblems again. You don't have to trust me. But this is the only way. We must stand together and fight as one. That was my long film sequence. I have probably just, when it was the 22nd chapter of the episode started, probably a new part, so seen, started to see. Also, I just want to say welcome to another part. Äh, I see emblem ringe. I must die offenbar aufsammeln. I'm now a untot. Sehr schön. Wahrscheinlich können die, ne, ne, einfach die Emblemringe genauso einsammeln. Und das gemeine ist, ich darf hier wieder neu ausrüsten. Tja, was soll ich da machen, ne? Ich darf jetzt erstmal die Embleme ausrüsten. Wir sehen uns in ein paar Minuten. Oh, Embleme verteilt neu. Ich bin bereit für den Krieg. Let's go. Die darf ich jetzt alle einsammeln. Schau, die Emblem ringe haben auf dem Grund gesammelt. Bitte, Frau, geh nahe zu einem Ring und versuchen, ein Emblem zu sammeln. Okay. Vale hat sich mir angeschlossen. Jawollo. Jetzt haben wir zwei Drachen. Nur, dass ich untot bin. Irgendwie erworbt mich das. Ja, die Runde konnte ich bisher jetzt nicht sonderlich viel machen, ne? Ich greife die einfach mal mit dem Meisterbogen an, ne? Ich hoffe, das ist genug. Glücklicherweise habe ich schon mal einen Crit. Ich hatte keine Wahl, aber zu gewinnen. Dann sammle ich Untote das Ding mal ein. Ich muss nur daneben stehen, oder? Im Kampf synchronisieren. Verbündete ohne Ringe können sich neben ein beschworenes Problem bewegen und sich über den Befehl reden mit ihm synchronisieren. Okay, gut zu wissen. Äh, Leute, ich musste jetzt gerade einmal kurz zurückspringen, weil Vale gestorben ist, aber wir merken uns, dass wir mit denen reden können, um ihn zu synchronisieren. Der mit der Silbergroßachse, der war für Vale gefährlich. Deswegen töde ich den jetzt. Gut, dass du null Chancen zum Wehren hast. Oh, es scheint auch mein Reichweite zu sein, dass ich auch von hier aus mit denen sprechen kann. Hier müssen wir ja nur mit denen quatschen. Aua. Ja, du triffst eh nicht. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwie unsere Kräfte noch zurückbekommen. Die greifen die Embleme nicht an? Okay, gut zu wissen. Äh, Vale, Flynn und Lucina haben wir hier. Hier verpasse ich erstmal eins mit dem Meisterbogen. Auf jeden Fall. Wenn ich einen Kript landen würde, wäre schön. Ja, du triffst eh nicht. So, und jetzt will ich endlich diesen tollen neuen Deutsch ausprobieren. Diesen Karn-Winnern. Auch wenn ich dann später angreif. ok das nennt man power bin dass ich denn jetzt hier mit beide fehlen so juna karte gerade eben schon beide friede und dann kann ich auch drücken noch mal einen angreifen ich verstehe mit der sehbalance an gestrecken wird perfekt dann direkt der nächste bequatschen wenn einer in reichweite wäre so obskurite oder gnadengeber komme ich will den gnadengeber mal sehen ich mache ich ihnen sind kaputt so hier kommt direkt der nächste tomahawk die mensch wäre nicht möglich gewesen aber sie ist willkommen so ich vernichte mal direkt den drachen das ist wichtig der trifft eh nicht ins lager damit ja mal gucken ja greif ruhig da an so anna lasse ich mit lynn reden ich kann sie aber nicht nutzen und lucina lucina gebe ich gleich all christ und lucina und lucina die beiden hier hinten fertig der schafft hat schon auch wenn er gerade verfehlt hat donnerschwert ich muss die beiden dinge aufwecken die ganze hier 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 Heal uns, Emblem of Dawn! Ich werde das nicht vergessen. Ich glaube, ich bin auf der Recht. So mehr konnte ich nicht machen. Ja, da wollen wir nicht zuschauen und Louis macht die locker fertig. Ohne, dass sie sich anständig wehren. Die Magier sind das größte Problem. Daneben! Der hat ne Götterfaust. Ich muss mich synchronisieren, ne? Ich fahr für den Pfeiler, dass ich die vorher alle schon umbiete. Alle Blöder werden letztendlich verletzt. du machst keinen damage der ist mit dem krit gar nix so mit weh rede ich mal mit selika und angriff zu lehnen nimm mal michael mit so wie ist mein deutsch ich soll den angriff bonus aber die fähigkeiten selber kann ich nicht nutzen ach mit chris wollte ich ja noch nicht hier lucida einsammeln ist die leute ich habe mir noch gar nicht die fähigkeiten von morgier angeguckt im gedanken wenn ihr die einer warten ohne anzugreifen oder item zu verwenden vertreibung plus zwei für einen zug reparatur hat die eine mindestens elf kp befinden sich neben einem verbündeten wer nach dem kampf unterbruch leidet opfert sie zehn kp und entfernt den bruchstatus oder sehr geil die werden nur schon hinterher rennen den kampf können wir ignorieren wobei kann ich louis resetten my apologies ja kommt ruhig her ich könnte mir forschen dass wenn wir alle zwölf eingesammelt haben die uns dann wieder zu einem würm gott machen was für einheiten sind das da oben ach die die können wir ignorieren so spiel die drache macht mir nach wie vor sorgen aber der wird nicht lange da sein ich stelle mich mal hier in eventuell stehe ich schon nah genug für die embleme ja du wirst eh nicht ich stehe nah genug sie gehört erika und eik so einmal toren bitte das war schön so ansonsten konnte ich nichts tun ich habe jetzt mit louis extra nicht angegriffen weil die diebe sich sowieso selbst umbringen sage ich doch macht halt ein angegriff und die sind weg so wen gebe ich denn jetzt wehen ich würde ich diamant geben sie gehört ging an team mehr erika war für louis aber louis steht gerade an am ende der welt ich gebe erika mal am auf ihr fall bis louis ankommt das dauert ewig so kommt ruhig alle her ich mache ich doch locker fertig jona wahrscheinlich irgendeine legendäre lanze oh ja und im was he und tschüss du bist so ripp junge so dann sammeln wir auch direkt mal ike ein hier kann ich auch direkt die feuerlanze nutzen sollte ausrechnen dass ich aktivieren kann so bryona was wirst du für eine waffe eine mächtige länder im lanze wir wissen alle fährt diese lanze kriegen wird leute jetzt müssen wir nur noch roi koren und lief einsammeln so dann begehen wir selbstmord da kommen die nächsten aber ich sage mir jetzt die letzten embleme ein ist wahrscheinlich egal wer mit denen redet ich muss ja nur einsammeln ich habe so oder so ich kann ihre fähigkeiten ja sowieso nicht nutzen jetzt möchte ich nur noch die rechtlichen gegner besiegen ja ich habe jetzt extra mal zurück gespielt damit wir hier noch ein paar besondere interaktionen haben ich muss ja so oder so alle gegner besiegen soll mich das dann lieber mit leuten ein die aufwarten ist davon haben wir sind bereit für die schlacht wir lassen sie einfach zu uns kommen es geht glaube ich schneller als wenn ich den jetzt entgegen lauf relativ egal wer mit denen redet die drachnader kann ich nutzen warum Warum auch immer. Warum kann ich die Drachen da das einziges nutzen? Das ergibt keinen Sinn. Wie gesagt, ich lasse die zu mir kommen. Einen sind wir schon mal los. Ich komme zumindest ein bisschen entgegen. So, kommt her zu mir. Alle sind mit Fernkampfwaffen ausgestattet. Da brauche ich glaube ich gleich nur einen vernichten. Zwei. Halt der auch den Bruch bei sich selber? Ist jetzt eigentlich die Frage. Ich hau die jetzt einfach kaputt. Komm. Ich nehme sogar die Stabwax. Dann geht es schneller. Und tschüss. Wisst ihr wie ich auf die Idee komme, dass wir gleich wieder kein Verzerrter sind, sondern ein richtiger? Sie haben ja auch bei dem Eigenkapitel über dieses Wunder gesprochen. Ich erzähle das jetzt extra, weil ich gleich wieder aus dem Bild gemutet bin. Und ich denke, dieses Wunder wird jetzt gleich genutzt, um aus mir wieder den Würmgott zu machen, statt einen Verzerrten. Dass ich dann so gesehen, kein Untoter mehr bin. Das ist meine Vermutung. Wie es wirklich aussehen wird, sehen wir ja gleich. Erstmal muss ich dich jetzt fertig machen. Wie viele Hits ich einfach hatte. Das ist es. Das war die Tricks von Homran, eine Art für uns gegen uns. Aber als wir zusammen kämpften, ich wusste, dass es du war. Nämlich. 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 Korrupte oder nicht, ich bin glücklich, dass du zurückgekehrt hast. Vielen Dank für deine Hoffnung in mir. Und danke für Lady Vale. Wir können nicht ohne dich gewinnen. Ja. Resting back control of yourself. Reviving the Divine Dragon. Du hast viel gemacht heute. Wenn nicht für deine efforts, du wahrscheinlich bist. Danke. Ich habe was ich möglich. Jetzt sind wir alle zusammen wieder. Was ist das Problem? Ich kann nicht move. Was? Nein. Ich bin weg. Ich wusste, dass das ein Risiko war. Aber es sollte nicht so schnell passieren. Ich habe dir alles, was ich konnte. Es sollte nicht genug sein. Unless... Oh nein. Die Emblemen müssen dich verraten. Ich wusste nicht. Es ist okay. Ich versuche es wieder. Ich versuche es. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Ich kann es nicht mehr nehmen. Danke für versuchen, Vale. Aber es scheint, dass mein Zeitpunkt gekommen ist. Es ist okay. Die 12 Emblemen sind hier. Mit ihrer Hilfe, ich weiß, dass du kannst Sombra stopt. Nein. Du kannst nicht weg. Du sagst, wir würden uns zusammen saveen. Ich versuche es. Ich versuche es. Du musst das ohne mich tun. Du musst das ohne mich tun. At least, ich war in der Ende. Ich kann sterben, dass du sicher bist. Wenn ich nur mit dir kämpfere. Mit dir kämpfere. Mit dir. Mit dir. Du musst das ohne mich tun. Wir haben die Regeln zurück. Wir sind alle zusammen. Ich wünsche mir, dass ich das Ziel hätte. Ich wünsche mir die Mauer gegeben. Ich wünsche mir... Ich wünsche mir das Welt zu kommen. Aber... All ich sehe... Light Dragonchild You desire the power to fight To the end Alongside everyone Marth Dragonchild You who fought bravely Even after death Would you rise once more? I want to fight It can't end here No matter how hard it may be I have to continue Until the world is safe I must fight Like the emblems have I have heard your wish And thus Our power is yours That person K He K letter 24 24 32 13 Die 12 Emblems müssen sie geplanten. Beautiful. Wie hat das... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 We have to stop him I wish we could But there's a barrier in the way Yes And it's covering the entire continent The power that must have taken Papa doesn't want us to interfere with his plans How do we break through? We will need to destroy the Fel Dragon shards That are sustaining the barrier But I don't know where to find them I can help You can? I feel I guess you call it a vortex of Fel Dragon power Building up in Gradline I think there are two of them No Three Follow me We will destroy the Fel Dragon shards and shatter the barrier To Gradline Äh Ich verstehe das jetzt richtig Ich bin da in dem Problem und irgendwer darf mich jetzt tragen Hehehe Nee, Joke beiseite Also ich bin jetzt einfach zweimal gestorben Bin wiederbelebt worden Und das, was ich vorausgesagt hatte Ist tatsächlich so eingetreten Mehr oder weniger Ich hab nicht damit gerechtet, selber in blieben zu werden Ich bin gespannt, ob ich wirklich jetzt ein Ausrüstungsgegenstand geworden bin Die Zweitfrage, die sich mir stellt Warum habe ich wieder die roten Haare gerade eben Äh, haben sich meine Haare komplett blau gefärbt Warum sind sie jetzt wieder rot? Fragen über Fragen Ich würde sagen Wir sammeln jetzt hier noch eben kurz die Gespräche alle ab Ach, alles ist gut, Framme Oh, wow Ich hab wieder die roten Haare Wovon redest du? Oh, mein Ich bin so froh, dass es dir gut geht Ich fühle mich, dass ich ein neues Leben habe Oh, wir Du hast die richtige Seite gewählt Alkos sagt das nicht Das freut mich So, ein Gespräch können wir noch absammeln Was für Umwege ich dafür rennen muss Oh, Gardo, warum stehst du am Ende der Welt Yes Oh Sie alle werden traurig, wenn ich tot bin Und könnte mich nicht ertragen Das rührt mich zu Tränen Ich gehe jetzt zur Karte zurück Ich erwarte eine Sequenz Also packe ich mich jetzt sofort wieder aus dem Bild Okay Keine Sequenz Aber Nebenquest Nebenquest C3 Questen Nebenquest Garten der Erinnerung Das ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit Hauptquest Einfach mal kurz in die Nähe Teleportieren Und Verheertes Schluss Ich will jetzt mal kurz unter Embleme gucken Bin ich jetzt wirklich ein Emblem? Ich bin ein Emblem Erschwert von Emblemen Scheining Bündnisleiste Verbündet Das Sieg über Gegner in den Spieler Okay Dämonen Effektiv gegen Dämonen Verbindende Innerhalb von zwei Äh dann Mit Effektiv gegen Drachen Sind Effektiv gegen Dämonen Eingespielt Initiatiert In einer den Kampf Und besiegt sie den Gegner Erhält der Bündnispartner Plus 4 auf alle Starteswerte Während sie verbunden sind Aber zusätzlich Plus 1 auf alle Werte Und noch zwei Angriffe Gegen einen benachbarten Gegner Mit einem Schwert Und einem mächtigen Magiestrahl Will mich irgendwer ausrüsten? Ah ok Bin ich mal gespannt Wie das Funktioniert Ich muss Marv auch wieder Irgendwen zuteilen Vor dem Tag Ich gerade Eine Prüfung Für die Würmengöttchen Ist hier Und dort wird Ein mysteriöser Ring Aufbewahrt Ja Das können wir Alles beim nächsten Mal gucken Ich sitze jetzt hier Schon seit zwei Stunden Ich mache jetzt Ihr Schluss Ich hoffe ihr hattet alle Spaß beim Zusehen Wenn ja Abo und ein Like da lassen Und wir sehen uns Beim nächsten Mal wieder Ciao 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 Ciao